Ja, liebe Freunde, falls ihr noch keine Möglichkeit habt, eure XTC von der Börse zu ziehen und vernünftig abzuspeichern, ich nutze dafür das Decent Wallet und ihr erhaltet nach wie vor 30% Nachlass darauf. Link zum Produkt und auch einen Link zu dem Produkt Review findet ihr in der Videobeschreibung. Und jetzt, let's go! Einen wundervollen guten Tag, ihr Lieben, und herzlich willkommen zum sonntägigen Wochenreport. Tja, eine ruhige Woche geht dem Ende entgegen. Dennoch haben wir einige spannende News, die wir uns heute anschauen werden. Unter anderem gucken wir uns mal an, inwieweit USDT die nächste Terra-Bombe sein könnte. Außerdem wurde Solana von der SEC verklagt und muss nun genau wie Ripple Rede und Antwort stehen. Es gibt ein kleines Update zum Taco Stand Wallet. Wir schauen uns mal an, wie viele XRP der gute alte Jet noch über hat. Sehr, sehr spannende News um Ripple. Und es gibt einen sehr spannenden, aber vor allem auch ernüchternden Artikel zu IOTA. Da gibt es ein wirklich sehr, sehr umfangreiches Update, das wir uns mal anschauen werden. Und von daher freue ich mich, wenn du bis zum Schluss dran bleibst. Der Markt konnte die letzten sieben Tage gut performen. Insbesondere Bitcoin und Ethereum haben als Zugpferde da vorne richtig Gas gegeben. Der Crypto Fear and Greed Index hat sich enorm verbessert. Wir sind mittlerweile fast verdoppelt auf 24. Und so langsam, aber sicher scheint es wirklich so, als würde ein bisschen Ruhe einkehren in den Kryptomarkt und die Leute wieder ein bisschen zuversichtlicher werden. Auch die Bitcoin-Dominanz hat zumindest aufgehört zu fallen. Wir sehen aktuell das erste Mal seit längerer Zeit wieder ein kleines Aufbäumen. Und wenn Bitcoin stärker wird, ist es in der Regel ein gutes Indiz dafür, dass viele, viele Marktteilnehmer wieder in den Markt zurückkehren. Hier mein ganz, ganz kurzes Update heute nur charttechnisch, weil es nicht so viele Erneuerungen gibt. Wir sollten die 19.000 Dollar Marke halten. Das ist jetzt mal ganz stark vereinfacht der Boden. Und wenn wir dem Szenario aus dem letzten Reaction-Video, das ich euch gezeigt habe, glauben wollen, dann sollten wir kurz vor einer Trendwende stehen und das hier der Boden sein. Und ja, wir werden mal gespannt verfolgen, wie das Ganze ausläuft. Ich persönlich denke mal, dass wir bis zum 13. Juli, das ist der Tag, an dem wir den nächsten Vollmond haben, und wir auch unseren nächsten gemeinsamen Livestream und unser Hangout haben. Da werden wir mal schauen, wo das Ganze hingegangen ist. Ich spekuliere darauf, dass wir uns irgendwo in diesem Bereich hier, also etwas niedriger als das letzte Hoch, das wir hier gesehen haben. Das war so um die 22.000. Ich denke mal, dass wir irgendwo so dazwischen, zwischen 21.000 und 19.000 landen werden. Und dann hoffentlich, wie so oft, bullisches Momentum einkehrt, wenn wir den Vollmond erreicht haben. Ihr seht es hier, ihr seht es hier. Wir haben dann meistens etwas mehr Euphorie in dieser Phase und das möchte ich ganz gern auch dieses Mal wieder sehen. Morgen gibt es ein spannendes Video von mir. Ich habe mir ein Update-Video von ihm angeschaut. Nun möchte ich jetzt nicht jede Woche auf seine Videos große Reaction-Videos machen, aber einige spannende Teile, die er in diesem Video erklärt hat, insbesondere die Elliott-Wave-Theory, wie die funktioniert und was er genau damit aussagen will, zeige ich euch in dem Video, das morgen erscheinen wird. Dort werde ich euch genau erklären, warum wir kurz davor stehen, dass Bitcoin mal so richtig eskaliert und wir jetzt eigentlich so die letzte große Möglichkeit haben, um nochmal richtig einzusteigen, bevor dann richtig die Post abgeht. Also ich glaube, ihr habt es definitiv richtig gemacht, dass ihr so standhaft geblieben seid, dass ihr euch nicht rausekeln lassen habt aus dem Markt. Es wird sich sehr, sehr zeitnah auszahlen und ich werde euch morgen mal genau erläutern, warum Akkumulieren, glaube ich, mehr Sinn denn je macht. Kommen wir jetzt aber mal zu den News. Ich habe mich das erste Mal etwas intensiver mit dem Projekt USDD beschäftigt und wollte einfach mal schauen, warum wir denn nun einen weiteren Stablecoin brauchen und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass wir keinen weiteren Stablecoin brauchen und dass das Projekt mich doch sehr, sehr stark an Terra erinnert. Zum einen extrem wenig Leute, die da gerade das auf der Watchlist haben, also nicht besonders populär, zumindest Stand jetzt. Außerdem ein sehr überschaubares Volumen für einen Stablecoin und das Wichtigste und Auffälligste von allem, schaut euch das mal an, dieses Projekt hat eigentlich genau wie Terra oder UST die Aufgabe, als algorithmischer Stablecoin immer den Wert von 1 zu erreichen, also 1 Dollar. Jetzt haben wir genau die gleiche Problematik wie bei Terra, dass wir es schon seit längerer Zeit, jetzt schon seit über einem Monat, es nicht geschafft haben, zu dem ursprünglichen Dollar, den wir mal hatten, zurückzukehren. Wir sind sogar schon auf 93 Cent gefallen und das Projekt schafft es einfach nicht, trotz des geringen Volumens, das hier gehandelt wird, die Anknüpfung, also das Packing zum Dollar hinzubekommen. Ich bin mir sicher, dass die allermeisten von euch ohnehin nicht diesen Stablecoin verwenden, aber falls doch, solltet ihr euch vielleicht nochmal die ein oder andere Recherche reinziehen und einfach mal gucken, ob das wirklich ein solides Projekt ist. Vielleicht habe ich was übersehen, bei mir geht jedoch direkt die Alarmglocke an und ich wollte euch einfach nur mal kurz darauf hinweisen, falls ihr es vielleicht nicht mitbekommen habt. Neue Klage, in der behauptet wird, Solana sei ein Wertpapier, könnte große Auswirkungen auf die Kryptoanlagelandschaft haben. Ja, ich mache es mal kurz, genau das gleiche, was Ripple widerfahren, das widerfährt ja Solana, allerdings geht es hier noch ein Stück weiter. Bei Ripple geht es ja eigentlich nur darum, ob sie in einer gewissen Zeit damals, wo das Ganze gestartet ist, sozusagen mit fremden Geldern das Ganze finanziert haben und mit irgendwelchen Wertpapierversprechen XRP ausgegeben haben. Hier geht es noch weiter. Hier geht es nicht nur darum, dass Solana oder Sol ein Wertpapier ist, sondern dass sich Gründer, Entwickler und Leute, die wirklich tief drin sind im Solana-Projekt, dass sie sich irgendwie daran bereichern, dass sie illegale Gewinne erzielen. Ja, es gibt es viele Spekulationen, aber wenig Fakten, deshalb will ich es erstmal dabei beruhen lassen. Es wird unterstellt, dass sie mit sehr dubiosen Machenschaften wohl die Leute im eigenen Ökosystem abgezockt haben oder zumindest irgendwelche illegalen Absprachen getroffen haben, um sich daran zu bereichern. Was da noch kommt, werde ich euch auf jeden Fall in Updates liefern. Bislang zumindest hat der Kurs von Sol noch nicht so wirklich negativ darauf reagiert, aber wir werden mal abwarten, was da die nächsten Wochen und vor allem Monate noch kommt, denn wir sehen ja bei Ripple, was für ein Tauziehen das ist. Da werden wir auch gleich nochmal drüber sprechen und ich denke mal, Solana wird Ähnliches ereilen. Beginnen wir mal mit dem Ripple-Update und viele von euch interessiert wahrscheinlich, was ist denn jetzt eigentlich mit Jed McCaleb und seinem Taco-Stand-Wallet? Ja, es sieht ganz so aus, als würde er sich an den Plan halten und immer und immer wieder weiter XRP verkaufen. Aktuell ist er bei einem Wert von 4,735 Millionen, die er jeden Tag veräußert und sein aktueller Kontostand beträgt nur noch 22 Millionen. Also wir sehen, wenn er mit diesem Tempo weitermacht, werden wir ungefähr in fünf Tagen durch sein und dann hat Jack McCaleb keine XRP mehr. Ob das und wenn ja, was das zu Folgen haben könnte, werden wir schnell gewahr. Müssen wir uns noch eine Woche gedulden, aber ich denke, es ist doch ein bisschen viel Wunschdenke dabei, dass genau an dem Tag, wenn er seinen letzten XRP verkauft hat, plötzlich die Rakete gezündet wird. Unmöglich ist nichts und Ripple bzw. XRP hat uns alle ja schon sehr, sehr viel Geduld abgefordert, also freuen wird es mich in jedem Fall, aber so richtig über die Brücke gehen, tue ich nicht. Schreib mir gerne mal, was du denkst. Glaubst du, dass wenn hier der letzte XRP verkauft wurde, dass dann plötzlich die Rakete zündet oder wird alles ganz normal so weiterlaufen wie bislang? Neue Entwicklungen im SEC-Rechtsstreit und heute mal wieder mit einem etwas ausführlicheren Update. Also, Ripple scheint sich darauf vorzubereiten, dass der Rechtsstreit mit der SEC in die nächste Phase eintritt. Deshalb haben sie sich jetzt zwei neue Anwaltskollegen an Bord geholt von der Kanzlei Kellogg-Hansen. Ripple erhofft sich scheinbar durch die Vergrößerung neuen frischen Wind und der Justiziar Stuart Alderty sagte, dass er selbst nicht mit einer Beilegung vor 2023 rechne. Brad Garlinghouse treibt in der Zwischenzeit die Expansion in Kanada weiter voran. Es sollen hunderte von Entwicklern kommen und man munkelt. Das sollte Ripple den Fall verlieren in den USA und sie dann vielleicht aus San Francisco abwandern. Könnten sie nach Kanada auswandern, nach Toronto und dort ihre Zentrale eröffnen? Rein geografisch und auch was die Sprachbarriere betrifft, denke ich mal, wäre Kanada auf jeden Fall eine interessante Anlaufstelle. Würde mich aber auch nicht wundern, wenn es Ripple nach Asien zieht, denn wir wissen ja, wie zum Beispiel die SBI Holding aus Japan auf Ripple baut. Und ich könnte mir vorstellen, dass das Hauptquartier vielleicht auch nach Asien geht. Jeremy Hogan geht davon aus, dass das Gericht noch in dieser Woche eine Entscheidung darüber fällen wird, ob die E-Mails des ehemaligen SEC-Vorsitzenden William Hinman Bestandteil des Verfahrens sein werden oder nicht. Die SEC versucht das nach wie vor zu verhindern und behauptet, es sei Anwaltsgeheimnis. Ihr merkt schon, man wiederholt sich irgendwie Monat für Monat, immer und immer wieder. Irgendwie passiert hier gar nichts. Hier ist wirklich Stillstand. Und egal, wie sehr man sich Gewissheit wünscht, es wird aktuell nicht so kommen. Sieht zumindest nicht danach aus. Ich halte euch nach wie vor auf dem Laufenden, wenn es wirklich was Spannendes gibt. Folgt mir gerne auf Twitter oder auch bei Telegram. Da versuche ich immer mal wieder spannende News zu teilen, wie ich entdecke. Im Großen und Ganzen bin ich aber nach wie vor sehr zuversichtlich. Nicht mehr ganz so zuversichtlich sind viele IOTA-Hodler. IOTA mit Massenentlastungen und Kostensenkungsprogramm. Tja, der Bärenmarkt geht auch an IOTA und die Foundation nicht vorbei. Ich lese euch jetzt nicht alles vor, aber mal das Wichtigste. Die Foundation gibt bekannt, dass sie zukünftig sich nur noch auf die Forschung fokussieren möchte. Daraufhin müssen sehr, sehr viele Mitarbeiter gehen und sie gliedern auch einige ihrer Businesses aus. Es läuft nicht ganz so, wie sich das viele vorstellen. Viele Leute warten immer noch darauf, dass Core Decide endlich mal umgesetzt wird. Und es wird wieder 2022, wie es ausschaut, der Fall sein. Wahrscheinlich auch nicht Anfang 2023. Und derjenige, der den Blogpost hier geschrieben hat, scheint eigentlich ein sehr, sehr großer Sympathisant von IOTA zu sein, weil man doch schon die Enttäuschung hier rausliest. Es wird vieles nicht eingehalten, was versprochen wird. Core Decide natürlich als größtes Ding. Aber auch die Mobile App. Es gibt zwar eine Beta vom Firefly Wallet, die wird aber nicht richtig kommuniziert. Und wenn wirklich mal irgendeiner sich aktuell dazu durchringen sollte, tatsächlich ein ganz neuer IOTA-Hodler zu werden, ja, dann wird er wahrscheinlich gar nicht diese Firefly Wallet finden können. Also alles in einem nicht besonders gut gelaufen die letzten Wochen und Monate. Und er geht auch darauf ein, dass IOTA sich viel zu sehr mit aktuellen Hypes beschäftigt, anstatt sich mit den eigentlichen Themen zu beschäftigen. Es wird immer wieder davon geredet, dass sie dies und das vorhaben. Aber plötzlich kommen dann Dinge wie das Schimmer Network, Assembly, NFTs und all das, obwohl ihre eigentlichen Dinge noch gar nicht so richtig fertig sind. Und da kann ich dem Ganzen nur recht geben. Also ich bin natürlich ein großer Verfechter von IOTA, aber man muss schon eingestehen, dass hier ein roter Faden aktuell irgendwie fehlt. Also die machen irgendwie alles und irgendwie auch wiederum nichts. NFTs sind nicht so wirklich bekannt geworden. Ich selbst kann euch aus eigener Erfahrung sagen, ich habe da relativ viel investiert in die NFTs, weil ich dachte, geil, IOTA wird das richtig reißen. Am Ende ist da wirklich kaum Traffic. Selbst wenn man sie sogar unter dem Ausgabepreis verkauft, wird man sie teilweise nicht los. Es läuft gar nicht gut für IOTA die letzten Monate oder insgesamt das ganze Jahr bisher nicht so wirklich. Wir stehen gerade bei einem Tiefstand von etwa 30 Cent. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, woran es liegt. Also hier wird nochmal darüber gesprochen, ob es vielleicht die Führungskräfte sind. Wer weiß, vielleicht ist man irgendwann betriebsblind. Vielleicht braucht man wieder frischen Wind. Vielleicht braucht man ein paar neue Leute. Aber ich finde es sehr, sehr schade zu sehen, dass jetzt so viele Leute, die wirklich sehr, sehr hart an dem Projekt gearbeitet haben die letzten Jahre, scheinbar jetzt ihren Platz räumen müssen. Schreib mir gerne mal, wie du zu IOTA stehst. Glaubst du generell daran, dass sie nochmal wiederkommen können oder dass sie irgendwann mal sich wirklich etablieren können und vielleicht auch ihren eigenen Weg finden? Oder denkst du, IOTA ist einfach nur eines von vielen Projekten, das früher oder später vom Markt verschwinden wird? Ganz einfach, weil sie sich nicht durchsetzen konnten. Das würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Ja, schreib mir einfach mal deine Meinung zu IOTA. Schreib mir deine Meinung zum guten alten Jet. Glaubst du, die XRP-Rakete wird richtig zünden oder wird mal wieder gar nichts passieren? Ich freue mich auf das morgige Video. Da werde ich euch ganz genau erklären, dass wir kurz davor stehen, dass Bitcoin einen richtig geilen Move nach oben macht. Dürft ihr euch darauf freuen. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Bleibt mir gesund und bis bald. Ciao!